Ja Leute und damit sage ich herzlich willkommen zu I'm Alive Und Warte mal Leute Von der Musik her könnte man jetzt direkt mal denken Wir sind wieder back in Heavy Rain Alter das ist die Heavy Rain Musik Gut zu wissen Schönes Ding Okay gut Die wollen mich direkt catchen Das ist natürlich Ubisoft versuchen natürlich direkt alles Damit ich überzeugt bin von dem Spiel Wir werden sehen Ob ich das sein kann Später Wir nehmen natürlich Normal Das ist klar Im Modus normal erhalten sie mehr Ressourcen Und Wiederholungen Dafür können sie aber bestimmte Erfolge und Boni nicht gewinnen Ja denn ich habe Ich habe etwas gehört über das Spiel Erstmal hat mir Hat mir Hab ich mir ein paar Tests angeguckt Und die haben mir Richtig Bock auf das Spiel gemacht Und Auf der anderen Seite habe ich auch was gelesen Was mich sehr sehr Negativ stimmen Nämlich dass man Eine komplette Episode abschließen muss Damit das gespeichert wird Also so ähnlich wie dieses Spiel Was vor kurzem kam Wie ist das nochmal Irgendwie so ein Horrorspiel Amy Genau Amy war das Da war das ja auch so Aber gut Wir fangen jetzt mal das neue Spiel an Und schauen uns das alles mal an So normal Das haben wir ja gerade eben doch schon So Jetzt geht's los Und worum es geht Das werden wir gleich gemeinsam erfahren Nur der Titel verrät es eigentlich schon Es geht einfach ums Überleben Und Ja So Gucken wir uns erst mal das Intro an Würde ich sagen Test Test I'm not sure the sound is working Wow It works Uh This is a little awkward for me But if you found this Then that means Anyway If you could try to deliver this video Recorder to my home That's in Haventon 27 Arbor Street It's right in front of the park And well Maybe Just maybe Someone will be there Okay This is basically my life My backpack Climbing harness Flashlight A couple batteries A pistol I've never even fired a gun before Anyway Anyway Don't run any bullets in it So I can't believe I'm about to arrive It's been almost a year now since the event Only took me four hours to fly out east But the better part of a year to walk home With any luck I'll be back at our apartment in another couple of hours I saw a lot of damage on the way here But This looks different There's more dust than anywhere I've seen I wonder what it looks like inside the city I know it's crazy But I just have this feeling that I'll find you Julie without you and Mary None of this makes any sense Almost home See you soon Gut Ich bin ein wenig überrascht Dass die Sprachausgabe Englisch ist Ich hatte irgendwie Deutsch erwartet Aber das ist jetzt nicht schlimm Das ist wenigstens Deutsch untertitelt Gut Also mit Y rufe ich die Karte auf Gut Und Ich bin der Punkt Achso Ne Kann ich da dran zoomen So Das sind wir Unser Missionsziel ist Weg zum alten Apartment finden Und dort ist es Und Punkte Spielfortschritt 0% Erreichen sie das Ende des Spiels Opfer Helfen sie Opfern und finden sie Hinweise zu ihrer Familie 0 von 20 Ja das ist ja das Man kann im Spiel Soweit ich das mitbekommen habe Kann man im Spiel sich entscheiden Ob man Leuten hilft Und was weiß ich Zum Beispiel hier Eine Konserve Oder Wasser jetzt opfert Was natürlich für uns Vorteil ist Vorteil ist Es gibt es da nicht Vorteile hat Wenn wir das selbe behalten Da wir Wahrscheinlich nicht viel finden Weil es hier ums Überleben geht Jetzt müssen wir natürlich entscheiden Sind wir jetzt eine gute Und geben Passanten Was heißt Passanten Das ist auch falsches Wort Aber Ja wie es da schon steht Opfer halt Nennen wir sie eben Opfer Katastrophen Opfer Nennen wir sie einfach besser Und auch für denen das was geben Von uns Und somit selber für uns wenig haben Oder Ja Weiß ich nicht Muss wir mal sehen Je nachdem Wie die Situation ist Entscheide ich Ich muss zwar über die Brücke Aber ich schaue mich mal erstmal um Grafik Erst ein Druck Bisschen matschig Ja Oder sind wir richtig jetzt Ne wir sind nicht richtig Okay Okay Hier sollen wir anscheinend nicht mehr weiter Okay So renne ich schneller Wenn ich mehrmals RT drücke Ähm Die Kamera ist mir ein bisschen zu nah dran Kann ich da irgendwas dran basteln Damit das ein bisschen weiter weg ist Steuerung Einstellung Vielleicht Untertitel an Y-Achse Ne Das mag ich gar nicht Anzeigeeinstellung Achso Das war das Soundeinstellung Machen wir die Sparen ein bisschen lauter Naja Mal sehen Mal sehen Ist ja erst der Anfang Wir haben ja gerade erst angefangen Wir haben ja nicht mal 10 Minuten Ne 10 Minuten gespielt Sowieso Schon Nicht aber die 10 Minuten Läuft nicht mal die Aufnahme So wir gehen jetzt mal hier über die Brücke Man sieht ja links oben Dieser weiße Balken ist glaube ich Unsere Ausdaueranzeige Denn je länger wir sprinten Desto weniger Wird das Okay mit A springen wir Kann ich abstürzen eigentlich von alleine Ne Gut dann also Ja das ist schon mal ganz gut Also ich weiß dass wir nicht abstürzen können Das ist also wie bei Zelda beispielsweise Jedenfalls dem einen Zelda was ich gespielt habe Dass man an den Rand geht und dann A Knopf drückt So der Klettersprung verbraucht sofort eine große Menge ihrer Ausdauer Der weiße Balken wie wir sehen Benutzen sie den Klettersprung nur wenn unbedingt erforderlich So und man sieht Es wird immer weniger Selbst wenn wir Ne okay Wenn wir uns ausruhen Dann bleibt es so Kletter verbraucht Ausdauer Verbrauchen sie zu viel Ausdauer Stürzen sie ab So leichte Musik kommt gerade Wollte mir ein bisschen Panik machen Nein 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 Ich stürze wahrscheinlich jetzt schon gleich ab Ich kann das auch nicht wieder aufbauen Ich stürze jetzt wahrscheinlich schon ab Okay sie haben kein Ausdauer mehr RT um eine extreme Anstrengung auszuführen Wenn der Kreis rot ist Ich stürze sie ab Beeil dich Beeil dich Beeil dich Das war knapp Gut Ich weiß gar nicht wann das Spiel angekündigt worden ist Ich glaube das war 2008 oder sowas Und Da sah es ganz anders aus Und das war auch das was mich erstmal so abgeschreckt habe Vom Spiel Weil optisch habe ich mir natürlich was ganz anderes vorgestellt Jetzt werden wir mal halt sehen Ob das wenigstens spielerisch Also was heißt wenigstens Aber ob das spielerisch mich komplett überzeugen kann Optisch Ja wie gesagt Ist vielleicht auch Weil es nur in Anführungsstrichen Nur ein Arcade-Titel ist Jetzt nicht die beste Grafik Die man je gesehen hat Was man normalerweise von Ubisoft anders kennt Also Das was ich von Ubisoft kenne Ist meistens Sehr sehr Geil optisch Okay das Ist also dieser Klettersprung Okay das soll ich wohl nicht so oft einsetzen Das hatten wir doch gerade eben schon Danke für die Information Again Und ich setze ihn gleich natürlich wieder ein Na gut Muss ich erstmal dran gewöhnen Ist gut ist gut ist gut ist gut Ist gut So Easy easy So jetzt hier runter Mit B Genau Oder ist hier da oben Man merkt Man merkt dieses Bild Das Bild ist schon ziemlich pixelig Aber das liegt nicht an der Aufnahme Das ist wirklich das Spiel an sich Das fällt mir nämlich auch schon auf Aber das wahrscheinlich soll das so sein Dieser Style Soll das anscheinend drüber bringen Oder so Oder wahrscheinlich Oder vielleicht ist es auch der Staub Der damit Gezeigt werden soll Ich weiß es nicht Das wird natürlich Ja Ihr braucht das jetzt nicht jedes Mal anzeigen Kann man das ausschalten Ne Ist auch scheiße Ich brauche ja noch andere Trips Von dem Spiel Aber das hätten wir erstmal geschafft Extreme Anstrengung Verbrochen Ihre Ausdaueranzeige Das haben wir gerafft Drücken LB drücken Um Inventar zu öffnen Und Ressourcen zur Erholung zu nutzen Dann nehmen wir Mal ein Wasser Okay das hört sich Das hört sich jetzt nicht so gut an Nicht dass hier gleich alles zusammenbrecht Daran springen Ja Und los also bitte Ich weiß nicht ob es hier irgendwie Sachen gibt Die man einsammeln kann Ich weiß gar nicht haben wir überhaupt einen Namen Hat unser Charakter einen Namen Ich weiß nicht Oh ich sehe schon einen Dalang Und ich merke jetzt schon Stellenweise ist die Steuerung ein wenig hakelig Solange sich das In Grenzen hält Und wir nicht dadurch mehrmals sterben Ist alles in Ordnung Gut Gut Also das Feeling dass wir Richtig alleine sind und so Das kommt schon ganz gut auf Würde ich sagen Okay Ist hier irgendwas drinne Vielleicht Ne Okay Gut Ich muss dazu sagen Ich habe die Demo Man kann ja auf dem Xbox Spiel das ja auf der Xbox Falls ich das noch nicht gesagt habe Und das noch nicht aufgefallen ist Ich habe die Demo von dem Spiel gar nicht gespielt Man kann ja bei der Xbox zumindest Ist immer eine Demo Ich weiß nicht wie das auf der Playstation ist Ich glaube doch Klar auf der Playstation auch Habe ich nicht gemacht Ich habe es direkt geholt Für 15 Euro Also 1.200 Punkte Und ich hoffe mal Ich bereue es nicht Okay Ja Ja wie gesagt Also grafisch Jetzt nicht Das Tollste Das Charaktermodell Erinnert ein bisschen Ganz leicht An die letzten Sam Fischer Auch mit seinem Rucksack Okay Dann müssen wir darauf achten Wann das speichert Damit ich immer weiß Wann das speichert Und nicht dass ich irgendwie Ausmache Und alles von vorne machen muss Ich weiß ja nicht mal Was ein ganzer Abschnitt ist Was das bedeutet Eine ganze Episode Wir werden sie erstmal sehen Die Ladezeiten sind nicht von schlechten Eltern Karte aktualisiert Missionsziel Wechseln Apartment finden Gut Okay Und dort kommen wir sicherlich Gehen wir mal hier lang Was machst du jetzt Fuck Das war scheiße Ich hab nicht gesehen Dass er eine Waffe in der Hand hat Geht sterben Gut Let's go Rollpunkt neu laden Wiederholung Ich hab nur insgesamt Drei Stück Oh Gott Gut Beim Anfang ist noch Für Experimente Zeit Aber das war das letzte Experiment Ich werde mich nicht mehr mit den Leuten So leichtsinnig anlegen Jetzt kommt noch der Tipp Okay Ich geh schon Ja ja ich will keinen Stress Wie höre auf zu rennen Oder was stand da Egal Ach du scheiße Pretty thick Da müssen wir uns ein bisschen hoch Ach was geht denn da drümmen ab No She's trying to escape No 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 No